Warum wir nachhaltiger sind? Weil das Futter für unsere Legehennen überwiegend direkt hier angebaut wird, in Baden-Württemberg. Nicht nur der Weizen kommt von hier, sondern wir beziehen auch Soja aus Baden-Württemberg und Europa. Wir haben also kein Soja aus Übersee und kein einziger Baum wird für uns abgeholzt. Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch ein besonderes Augenmerk auf Tierwohl. Wir gehen die Sache ganzheitlich an, neben artgerechter Haltung mit Tageslicht-Wintergarten, haben wir Beschäftigungsmaterial für den unversehrten Schnabel und ziehen auch den Hahn groß. Das ist echte Nachhaltigkeit. Wir produzieren also im Land, wir verkaufen im Land und deshalb haben wir kurze Transportwege beim Futter und bei den Eiern.